Fiziert Ja Junge, wer ruft denn hier alles an, Mann? Schon wieder? Jo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Infiziert in Call of Duty Ghosts Und mit dabei ist der Philipp Philipp? Junge, ich hab den grad... Was denn? Ich hab grad gesagt, mit dabei ist der Philipp Ach, geht's schon los? Ja Achso, ja, servus Hab ich gar nicht gemerkt Sehr gut Ja, ich hab mich grad konzentriert Also der Philipp ist ein guter alter Kollege von mir Der sogar auch YouTube Videos gemacht hat Aber wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres wieder anfangen wird Und Call of Duty Ghosts hat der kleine Mann sich noch nicht gekauft Deswegen ist er einfach nur aus Spaß So aus Jux und Dollerei in der Konfi dabei Mhm Ey, das hat sich geräumt Aus Jux und Dollerei in der Konfi dabei Ich hörst du mein Telefon? Oh, oh, oh Ja, nur ganz minimal, Alter Ich wär fast infiziert worden von dem einen Schmock da Also das war jetzt echt hier Puh Das war eng Oh, fuck, oh, fuck Er will mich, er will mich, er will mich holen Das ist voll gammelig, weil hier gibt's nur immer die gleiche Waffe Hahaha, du Schmock Infiziert Ja, welches Spiel? Junge, halt doch mal's im Maul schalten Infiziert? Wie kann man denn die Spieler stumm schalten? Stumm, stumm Ah, ich drück die ganze Zeit auf alle Wie kann man euch stimmen schalten? Jo, die Mitspieler stimmen schalten Oh, stimmen schalten Halt den Maul, du bist es Fuckin Junge, wer ruft mich denn hier als an? Ich weiß es nicht Alter, der kann hier kein Alter, die Zeit wird knapp Der hat noch keinen infiziert, der Bauer Was ein Opfer Oh, einer wird infiziert Halt den Ghost Ja, Ghost Junge, wer ruft denn hier als an, Mann? Schon wieder Hahaha Kann ich's nicht verstehen, oder der? Ist das Weihnachtsklingel, Thor? Ich glaub, ich nenne das Video Ich glaub, ich nenne das Video Nein, das hab ich das erste Mal gefragt Nein, das hast du mich schon tausend Mal gefragt Habe ich nicht Halt deinen Maul Ich glaub, ich nenne das Nein Ich glaub, ich nenne das Video Anruf von Unbekannten Anruf von Unbekannten Jetzt werden sie hier infiziert Wie am laufenden Band Und der Alpha Der Alpha Der Alpha steht hier Wie ein Eiserner Turm Standhaft In der Brandung Ah was Nein, keine Ahnung Ja, kommt hier jetzt auch nochmal jemand? Ich bin hier gleich letzter Überlebender Alter, die pümmeln da alle oben drauf Die Gammler Oh fuck, oh fuck Oh fuck Jetzt hab ich mich verraten Jetzt kommen hier noch alle zu mir Das will ich nicht Everybody dance now Junge, diese Fall ist so ne Scheißwaffe Nein, ich wurde infiziert Ich bin doch so scheiße Komm jetzt hier Äh Throwing knife across the map Junge, hat jemand einen richtig tödlichen Namen Äh, gerade in meinem Spiel Weißt du, wie der heißt? Nein Killer Keks Boah Der Killer Keks Ist nicht wahr Junge, ist so Glaubst du mir das nicht? Oh Oh Jetzt hier Hier hoch Ist ein richtig krasser Lachs Ja, ich hab einen bekommen Wie wieder hier von Hackern gesprochen wird Oh und der letzte wurde genifed Boom Hast du eigentlich immer noch x22 Seren? Ja Chillic läuft bei dir Find ich auch Also Leute Das war einfach mal hier so die erste Runde infiziert Hoffe ich dir hat's gefallen Bis zum nächsten Mal Bewerten und kommentieren Ciao Macht's gut Bis zum nächsten Mal Wie sagt Bis zum nächsten Mal.